Guten Abend bei Reporter Spezial, die Sendung mit dem Reporter. Ich bin der Reporter und heute Abend befinden wir uns heute beim Peter L. aus Kau. Peter, vielleicht erzählen Sie uns kurz einmal, unter welcher schrecklichen Krankheit Sie nunmehr seit so vielen Jahren so wahnsinnig schrecklich leiden müssen. Naja, das ist die total beschissene Stimme und der scheiß Balken vor meinem Gesicht. Verstehe. Erzählen Sie mir doch geschwind, wo haben Sie das her? Ich würde da nicht hinfassen, das ansteht. Alter, das gibt's doch nicht. Das machen wir jetzt. Das ist ja schrecklich. Weg, wobei, Hilfe! Ich bin wieder zu Hause. Echtlich? Ja, du auch. Öffne deinen Haar. Oh, mein Schaar. Du Schwein. Wo hast du dir denn das geholt? Du brauchst du dir denn das schrecklich? Vielen Dank.